Jetzt kommen die Hetzer zu. Gleich fahren wir den Mieter zu. Hier kommen wir gleich rein. Das haben wir ja gesagt. Hier ist dann unser erstes Break. Da kann man jetzt noch noch ein Plastillmittel anwenden. Um das ganze Ding noch ein bisschen interessanter zu machen. Wir möchten einfach das Wundervo ein bisschen weniger passieren. Das sind unsere Bassline. Untenrum ist die ganz gut ausgestattet. So sieht das Ding aus. Ja, das war etwas. Ich meinte natürlich im Bassanteil. Naja, aber so ist das mit Bessen. Die sind einfach untenrum gut ausgestattet. Das kann einfach sein, was man will. Das soll auch so sein. So, jetzt höre ich nix. Da haben wir das richtige Ding angelegt. Ja. Achso. So, da ist unten eine Menge drauf. Das fahren wir gleich mal zu. Dafür nehmen wir uns mit dem Gerät. Hier ist ohne Lippenstift. Glaube, das kann ich zuordnen. Und nicht immer älter. Ich schicke mir auch noch mal was nach, bevor gleich der Alle ist. Ey, guck mal. Was ist los? Guck mal, haben sie schon den Boden mit Folie ausgelegt? Im gerade Fälle. Der Boden ist hier schon mit Folie bezogen. Ich muss schon mal gucken, ob sie einen waschen, die Leute. Ja. Und die Markenung. Wahrscheinlich alle, die so möchte, gern Markenung, die wir sitzen, die ich einschicken können. Hast du schon mal... Willst du? So, bei Kopfschmerzwasser kommt richtig gut. So, bei Kopfschmerzwasser kommt richtig gut. Ja, durch die Musik. Was ist das ein Bisschen? Die Clube ist offen. Ein Bestremssacher vor Name in die Club. Schmeckt's dir, André? Wo ist die Stimmung da vorne? Hallo! Wir hören euch nicht! Aber ich glaube, im Heimweiß-Zug sind wir so drauf, das weiß er nicht von Ihnen. Ja, war kalt am Arsch. Gibt's hier nicht so'n Rot-Disch-Föhle, wo's brav ist? Hallo! Ich weiß noch nicht! Ich weiß noch nicht, wird es nicht so'n Rot-Disch-Föhle. Wir sehen uns jetzt noch einmal. Wer kann nicht so'n Rot-Disch-Föhle? Wer kann nicht so'n Rot-Disch-Föhle sein? Wer kann nicht so'n Rot-Disch-Föhle sein? Musik 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 Musik